Das menschliche Ohr. Schallwellen erreichen das Ohr und bringen feinste Haarzellen zum Schlitten. Das Ohr ist das empfindlichste Organ des menschlichen Körpers. Bei hohem Schallrockregel, wie dem, dem sie gerade ausgesetzt sind, können akute Hörschäden schon nach wenigen Minuten auftreten. Das Klapp, was Dope? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020